Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Phishing Tutorial Reihe. Und heute geht es darum, welche Seite wir in Anführungszeichen phischen wollen. So, unsere Seite sieht ja aktuell noch sehr leer aus. Wir haben noch keinerlei Inhalt hier drauf. Das wird sich aber binnen weniger Sekunden ändern. Und zwar als Opferseite haben wir uns mal die jetzt rausgesucht beispielsweise. Es ist ein Control Panel. Hier kann man sich mit seinen Daten anmelden. Und ja, das wollen wir praktisch kopieren. Wie machen wir das jetzt? Das ist ganz einfach. Das ist einfach zu simpel. Das kann eigentlich jeder. Rechtsklick, speichern unter. Dann wählen wir uns hier den Phishing Tutorial Ordner aus. Da habe ich schon ein bisschen was drin. Habe ich schon was vorbereitet. Und dann speichern wir das Ganze. Das will ich aber alles nochmal machen, weil das habe ich schon mal vorhin schon mal ein bisschen probiert, ob das auch alles so funktioniert. Es hat funktioniert. Und jetzt speichern wir das hier mal im Ordner ab. Gut. Dann speichern wir das mal hier im Ordner ab. So, da habe ich es gespeichert. Dann können wir auch mal direkt in den Ordner rein navigieren. Hier sind wir drin. Jetzt haben wir hier die Indexfiles und den Index. So sieht er gerade aus. Jetzt müssen wir die Dateien, die wir hier haben, natürlich irgendwie hier auf unseren Server bekommen. Wie machen wir das jetzt? Das geht ganz einfach und zwar mit dem Tool FileZilla. FileZilla verlinke ich euch auch in der Beschreibung. So, was muss man hier machen? Hier müssen wir einfach nur unsere IP vom Server eintragen. Ist in dem Fall diese hier. So. Jetzt gibt es noch einen Punkt, wo wir drauf achten müssen. Und zwar, der Port ist wieder 22. Und der Benutzernamen ist Root und das Passwort, unser Passwort, was wir festgelegt haben, dann verbinden wir uns auch. Jetzt haben wir hier schon SFTP. Das kommt daher, da wir als Port 22 eingetragen haben. Also den Port 22 brauchen wir, weil sonst können wir uns nicht verbinden. Weil FTP steht für File Transfer Protokoll. Und ja, wie gesagt, da unten steht es auch schon. SFTP ist dann halt das SSH File Transfer Protokoll. So, jetzt haben wir hier unseren Webspace. Wir sind dabei jetzt auf dem Faust verbunden. Das heißt, wir können jetzt die Dateien nicht einfach hier reinziehen, weil dafür müssen wir erstmal hier zurückgehen. Unter var, www und html. Und hier können wir dann unsere Includes, beziehungsweise unsere Dateien, die wir runtergeladen haben, einfügen. So, die Index html überschreiben wir einfach mal. So, dann sind die Dateien alle hochgeladen. Dann können wir kurz mit F5 einmal die Seite neu laden. Und dann sehen wir schon, okay, es sieht zwar schon grob danach aus, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann sagen, was daran nicht stimmt. Und zwar nehmen wir uns einfach mal die HTML-Datei. Und das Erste, was wir jetzt mal machen, ist die umbenennen php. Wir brauchen eine php-Datei, damit das mit MySQL und so alles funktioniert. So, dann nehmen wir das hier oben raus. Falls jemand mal in den Seitenquelltext guckt, dass das nicht auffällt. Dann nehmen wir das hier weg. Aber das war der Grund, warum es nicht funktioniert. Und zwar ist das Font Awesome, also das ist für die Icons zuständig. So, bestätigen wir das mal, dass wir es wieder gespeichert haben. Und dann laden wir die Seite nochmal neu. So, jetzt haben wir hier schon mal die Icons da. Schön und gut, aber wo ist das Hintergrundbild? Das Hintergrundbild hat sich ganz einfach in der CSS-Datei versteckt. Und in der Style-CSS-Datei steht drin, dass wir einen Ordner brauchen oder dass er das Bild im Ordner Images sucht und das Bild bg.jpg heißt. Jetzt haben wir aber ja keinen Ordner mit dem Namen Images. Deswegen erstellen wir einfach einen. Jetzt brauchen wir aber hier drin noch das Bild. Das Bild kriegen wir einfach hier her. Gehen wir einfach hin. Gehen hier oben. Gehen hier oben einfach Images ein. Wir haben ja den Pfad bg.jpg und dann haben wir das Bild. Das können wir dann einfach speichern mit hier drin. Und zack, laden wir das Ganze runter. Ziehen das dann auch auf unseren Webspace drauf. Einfach hier in die Images rein. Und wenn wir jetzt die Seite neu laden, tada, wir haben ein Hintergrundbild und die Seite sieht genauso aus wie die echte Seite. So, jetzt können wir hier das Ganze schon mal schließen, die ganzen CSS-Dateien. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen jetzt primär die Index-PHP. Denn die müssen wir jetzt so modifizieren, dass die Daten weitergeleitet werden an unsere Datenbank, damit wir die auch abfangen können. So, wie machen wir das Ganze jetzt? Wir suchen natürlich erst mal die Form. Das ist das Ganze. Bedeutet, das ist dieser Bereich hier, wo Name, Passwort steht und Login mit dem Button. Hier müssen wir jetzt folgendes modifizieren. Die Methode Post bleibt. Action. Nehmen wir das Ganze weg. Schreiben hier Index.php rein. Das bedeutet, die Aktion, die ausgeführt wird, wird auf die Index-PHP zurückgeführt und wird dann das machen, was dann oben im PHP-Bereich steht. Das fügen wir aber dann alles noch ein. Das programmieren wir dann gleich alles noch zusammen. So, Name steht Name. Das ist nämlich wichtig. Das brauchen wir. Name, nehmen wir mal Name Phishing. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Man hätte auch Name stehen lassen können. Einfach nur aus Demonstrationszweck, damit man das besser nachvollziehen kann. Und bei Passwort nennen wir Passwort Phishing. So, Placeholder bleibt so. Und hier unten bei Type Submit, Name Login. Können wir ja Login Phishing draus machen. Nur fürs Verständnis. So, dann haben wir das schon mal modifiziert. Jetzt ist die Frage, wenn man jetzt auf den Button, in dem Fall Login klickt, passiert ja noch nichts. Wir haben ja noch nichts definiert, was passieren soll, wenn man da drauf klickt. Deswegen müssen wir jetzt hier oben im Head-Bereich sagen, was passieren soll. Und zwar einmal den hier, PHP, ein Stück weiter runter, wieder schließen das Ganze. Und jetzt müssen wir erstmal die Datenbankverbindung inkludieren. Das heißt, include once, Klammer auf, zack, hinten das noch. Und jetzt müssen wir hier den Pfad eingeben. Slash includes, Slash, wie soll man das Ganze nennen, Datenbank.php. Das müssen wir jetzt inkludieren. Das machen wir jetzt gleich. Ich muss das bloß erstmal updaten. So, wir erstellen hier einfach einen Ordner, der nennt sich includes. Und hier kommt dann die Datenbankverbindung rein. Das heißt, wir erstellen eine neue Datei, die nennt sich Datenbank.php. Und hier fügen wir dann die ganzen Daten ein. Die habe ich schon mal hier zurecht gemacht. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt aber noch eine andere Datenbank. Die passen wir dann gleich nochmal an. So, die Datenbank. Wir können das hier oben mit kopieren. Aber das mache ich jetzt mal nicht, weil wenn wir das mit kopieren würden, dann würde uns die Seite die Errors ausgeben, die bestehen, wenn irgendwas mit der Verbindung nicht hinhaut oder irgendwelche Errors vorhanden sind. Aber könnt ihr mit einfügen. Ich habe das erstmal rausgenommen. So, dann gehen wir hier in die Datenbank. php rein und fügen das Ganze ein. Dann passen wir das Ganze jetzt nochmal an. So, jetzt müssen wir hier wieder zack, php, damit das auch funktioniert. So, jetzt haben wir hier db als das definiert. Das wird später noch wichtig sein. Und jetzt müssen wir hier aber erstmal eingeben, wir haben den dbhost defined als den hier. Der dbhost ist aber jetzt nicht mehr die Adresse, sondern die hier müsste das sein. Wenn ich mich nicht ganz irre, probieren wir das einfach mal. So, der Benutzer, okay, das brauchen wir jetzt nicht und das http auch nicht. Der Benutzer müsste root sein. Und das Passwort, das werde ich jetzt mal eintragen, weil da habe ich eins genommen, was man nicht zeigen sollte. Und der db-Name ist wieder phishing war das, ne? Gehen wir nochmal hier zurück, php myadmin. So haben wir hier phishing, so hat man die Datenbank genannt, genau. Gut, dann speichere ich das Ganze mal. Übernehme das und dann haben wir das Ganze auch inkludiert. Dann gehen wir nochmal hier auf unsere Seite. So, die erscheint auch super. Jetzt müssen wir bloß nochmal hier in die Index reingehen. Die Index php, die öffnen wir jetzt nochmal. So, da ist er. Jetzt haben wir nur erstmal die Datei inkludiert, also die Datenbankverbindung, damit wir dann hier jedes Mal wieder in der Index php auf die Datenbank zurückgreifen müssen und nicht immer hier immer definieren müssen. Das hätten wir nicht machen müssen, wir hätten das auch alles hier gleich definieren können, aber der Ordnung halber haben wir das jetzt so gemacht, weil es halt auch übersichtlicher ist. So.